Gut, herzlich willkommen zu unserem Thema, was wir heute Nachmittag uns anschauen möchten, Trauungen mit Nicht-Adventisten. Da es auch heute um die Bibel geht und um Aussagen, was Gott zu manchen Dingen so sagt, was unsere Praxis, unser Gegenwart so manchmal hergibt, darf ich euch einladen, dass wir zu Anfang zu einem Gebet aufstehen und Gott um seine Gegenwart bitten. Himmlischer Vater, wir beten zu dir, wir danken dir von ganzem Herzen für deinen Schutz, für deinen Segen, für diesen Sabbat, den du uns schenkst. Wir danken dir, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, uns Gedanken zu machen über Dinge, die du in deinem Wort sagst, wie wir mit manchen Dingen umgehen sollen, was für unser Leben wichtig ist. Wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen und dass wir auch nach dem handeln können, was du uns zeigst und sagst. In Jesu Namen, Amen. Ja, ich denke, das Thema Trauungen mit Nicht-Adventisten ist deswegen wichtig, weil die Ehe unser Leben doch sehr stark beeinflusst. Unsere Gesellschaft ist nur so gut wie die Familien und wie die Ehen in der Gesellschaft und auch die Gemeinde kann nur so gut sein und so stabil sein, wie auch die Ehen und die Familien in der Gemeinde sind. Ich habe hier ein Zitat von Ellen White aus dem Buch Edmund Tessum, Seite 18, an den Anfang gesetzt, wo sie sagt, die Familie ist die engste, zarteste und heiligste Verbindung, die es zwischen Menschen gibt. Sie wurde zum Segen für die Menschen geschaffen. Und sie ist ein Segen überall da, wo die Ehe mit Vernunft, dem Vertrauen auf Gott und sein Wort und im Blick auf die erforderliche Verantwortung geschlossen wird. Gott hat die Ehe im Garten Eden eingesetzt und er hat sie zum Segen für den Menschen gegeben. Gott weiß, dass es gut ist, dass der Mensch auch zusammenleben kann, wenn er erst auf die Gemeinschaft angelegt. Und deswegen ist es aber auch so, dass das, was zum Segen sein kann, hat Satan auch versucht zu verdrehen und für den Menschen zum Schaden werden zu lassen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich überlegt, ich denke, eines der wichtigsten Dinge, wenn man sich überlegt, wer man heiratet, ist, wem man heiratet, oder? Obwohl das nicht das Letztendgültige ist, denn manche sagen, wenn ich einen richtigen Ehepartner gefunden habe, dann wird schon alles hinterher automatisch richtig gehen. Das glaube ich auch nicht. Denn selbst wenn man den Ehepartner hat, den vielleicht Gott einen für einen vorgesehen hat, kann man trotzdem in der Ehe viel falsch machen und kann trotzdem die Ehe scheitern. Wenn man selber eben einen schlechten Ehepartner abgibt und der andere genauso. Deswegen ist natürlich auch die Zuneigung und das Pflegen der Ehe generell in jedem Fall immer wichtig. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, was ist wichtig, wenn wir uns einen Ehepartner suchen? Welche Prinzipien sind wichtig? Ich denke, das wäre jetzt vor allem für die Jugend wichtig, die, die noch nicht verheiratet sind. Wenn ihr euch überlegt, wie sollte euer Ehepartner sein? Ich weiß noch, ich habe mal, als ich Jungprediger war, diese Frage in meiner Jugend damals gestellt, in unserem ersten Bezirk. Und da haben einige so interessante Dinge so gesagt, so was ich auch denke, was wichtig ist, den Charakter und so weiter. Und einige sagten, wir haben uns gar nichts vorgestellt. Einfach, wie ist es gekommen, ist es gekommen. Wir haben uns verliebt und haben wir geheiratet. Und so war es dann. Und da habe ich gesagt, naja, das ist die Basis eurer Ehe. Na ja, das ist die Basis. Und das funktioniert auch. Und wir waren zwei, drei Jahre verheiratet, aber dann nicht mehr lang. Ein paar Jahre später habe ich dann gehört, dass sie geschieden wurden. Wenn nur ein Verliebtsein, nur ein schönes Gefühl, nur ein attraktives Aussehen des Äußeren des anderen vielleicht die Basis ist, warum man jetzt den anderen heiratet, dann ist das nicht unbedingt das, was eine Ehe auf Dauer am Leben erhält. Ich denke, was wichtig ist natürlich, dass man einen Partner heiratet, der auch wiedergeboren ist, der an Gott glaubt. Warum ist das wichtig? Werden wir gleich noch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen. Ich denke, wenn man selber an Gott glaubt, dann ist der Glaube das Wichtigste in meinem eigenen Leben. Und es ist schon wichtig, dass ich das Wichtigste meines Lebens auch mit meinem Partner teilen kann. Dass ich mit dem Partner beten kann. Und das ganze Leben ist ja durch meinen Glauben an Gott beeinflusst. Meine Freizeitbeschäftigung, wie ich mich kleide, was ich esse, wie ich mit dem Geld umgehe. Das sind alles Dinge, die mit meinem Glauben zu tun haben an Gott. Und von daher ist es schon wichtig, dass man einen Partner, sich einen Partner aussucht, der auch gläubig ist, der wiedergeboren ist. Und da würde ich noch nicht mal sagen, das sollte ein Partner sein, der Adventist ist. Denn es gibt auch Menschen, die Adventisten sind, die nicht wirklich wiedergeboren sind. Natürlich, es kann man fragen, wie kriege ich das raus, ob der andere wiedergeboren ist. Ich denke, das ist eine zweite Frage. Da kann man auch darum beten, da kann man auch andere fragen vielleicht, wenn man jemanden nett findet, wie er das anderes einschätzt. Aber ich denke, das sollte schon mal ein Prinzip sein, was wichtig ist. Natürlich sollte der Charakter wichtig sein, seine Eigenschaften. Warum? Weil das Äußere verändert sich mit der Zeit. Die Charaktereigenschaften können sich auch noch verbessern, natürlich. Jeder Mensch kann wachsen, seinem Charakter. Aber das ist eigentlich das, was das Wichtigste ist. Wie er in seinem Wesen, in seiner Art, in seinem Charakter ist. Die inneren Werte, die sind halt wichtig. Das Aussehen ist natürlich auch wichtig. Aber interessanterweise ist es so, zum Glück ist es so, dass unser Geschmack verschieden ist. Wenn wir alle den gleichen Geschmack hätten, dann würden wir alle die gleiche Frau oder den gleichen Mann heiraten wollen. Aber zum Glück findet man auch einen Menschen, den man liebt, schön. Auch wenn andere den vielleicht nicht schön finden. Die Bildung ist natürlich auch wichtig. Dass es ungefähr auch vielleicht ähnlichen Bildungsstand hat, wie ich selber auch habe. Dann das Elternhaus, der Freundeskreis. Was wichtig ist, was ich auch mal wieder sage, man sollte mal beobachten, wie der andere mit seinen Eltern umgeht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein junges Mädchen oder ein junges Mädchen, einen jungen Mann Sympathien für denjenigen empfindet, dann sollte man mal schauen, wie geht der oder die mit ihren Eltern, mit seinen Eltern um. Denn so wie der mit seinen Eltern umgeht, wird er später mit mir umgehen. Das ist oft so. Und da kann man sich da schon mal so ein bisschen, sieht man das schon mal. Weil wenn man sich am Anfang als junge Leute so gern hat und verliebt ist, dann gibt man sich arg viel Mühe. Dass man auch schön nett ist und immer schön was Nettes sagt und auch kleine Briefchen schreibt. Aber wenn der Alltag nachher kommt, dann ist manchmal diese Mühe geben nicht mehr so da. Und das sieht man jetzt schon, wie er mit seinen Eltern umgeht. Und da ist es auch so, der Alltag im Umgang so. Und auch der Freundeskreis. Könnte ich mir vorstellen, dass seine Freunde auch meine Freunde sein können? Oder ihre Freunde, auch meine Freunde sein können? Denn der Freundeskreis sagt einiges darüber aus, was auch seine Werte sind, was seine Prinzipien sind. Ich denke, in der Ehe ist die Einheit, die Einigkeit sehr wichtig. Und deswegen sind einige Dinge, die man auch gemeinsam haben sollte. Man sollte gemeinsame Werte haben. Und je mehr Werte übereinstimmen, desto einfacher ist es. Und je mehr die Werte nicht übereinstimmen, je mehr Werte es gibt, wenn man nicht übereinstimmt, desto schwieriger ist es. Das sind Grundwerte, wie gerade der Glaube oder auch irgendwelche Dinge, die mir selbst wichtig sind. Zuverletzlichkeit, Treue oder was es auch alles für Werte gibt. Und deswegen ist es auch meistens gut, wenn man einen Menschen heiratet, der aus der gleichen Kultur kommt, weil meistens von der Kultur her auch die Werte dann ähnlich sind. Gemeinsamer Glaube. Das heißt nicht nur, dass der andere wiedergeboren ist, sondern auch, dass man den gleichen Glauben hat. Warum? Weil auch der Glaube viel ausmacht. Weil der Glaube den ganzen Alltag, habe ich eben schon mal kurz erwähnt, den ganzen Alltag mit umfasst. Und von daher auch der gleiche Glaube eine wichtige Rolle spielt. Auch gemeinsamer Geschmack. Also ich habe mal Eheselsorge mit einem Ehepaar gemacht, gehabt, nicht aus diesem Bezirk, das war vorher. Wir waren beide gläubig, beide Adventisten, haben sich beide Mühe gegeben, wollten beide das Beste, aber die waren so grundverschieden in ihrem Geschmack. Was der eine schön fand, fand der andere hässlich. Und was der wieder schön fand, fand der überhaupt nicht schön. Und so haben sie in allen Dingen, ob das jetzt die Wohnungseinrichtung war, ob das, ist egal, was es war, wohin sie fahren wollten und was sie machen wollten, waren sie immer verschiedener Meinung. Und das war für die so mühsam, dass sie es auf Dauer nicht ausgehalten haben. Die haben sie irgendwann getrennt. Weil die Werte, die sie hatten, der Geschmack, den sie hatten, nicht zusammengepasst hat, nicht zusammengeführt hat. Und natürlich führt das manchmal auch dazu, dass man dann auch die Persönlichkeit des Anderen nicht annehmen kann, wenn er ganz anders, deswegen sollte man sich schon vor der Hochzeit sollte man sich schon mit dem Anderen mal gut unterhalten, was der Andere dann so schön findet, nicht schön findet. Deswegen ist das die Kommunikation, das Kennenlernen des Anderen, das ist wirklich wichtig vor der Ehe. Und neuntens, gemeinsame Ziele. Als Christ haben wir das Ziel, die Ewigkeit, Jesu Wiederkunft, dabei zu sein. Und wenn der Andere das Ziel nicht teilen kann, dann ist das grundlegende Lebensziel schon ein anderes. Und dann kann natürlich auch manches im Alltag anders ausgelebt werden. Natürlich müssen nicht alle Ziele gleich sein, es muss sich im Geschmack alles gleich sein, dann kann es auch langweilig werden, wenn man alles nur gleich immer findet. Aber es sollten doch große Übereinstimmungsfelder sein, wo man das merkt. Und natürlich auch noch gemeinsame Kultur. Ich habe immer wieder festgestellt, man kann auch über Kulturen hinweg heiraten, aber es ist halt so, dass dann viele Dinge, die man selbstverständlich ansieht, wie man manche Dinge sieht, wie man manchen Dingen umgeht, der Andere komplett anders kennt von seiner Kindheit her. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, da hat man sehr viel mehr Reibungsflächen und sehr viel mehr Aufwand, um eine Einigkeit zu finden. Es ist möglich, natürlich, wenn man sich liebt und wenn man unter Gottes Segen das auch steht und auch sich selbst nicht selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern auch demütig ist, kann man da natürlich auch Zereinigkeit finden. Aber es ist leichter, wenn man aus der gemeinsamen Kultur kommt. Gut, das sind so ein paar Dinge, die, denke ich, wichtig sind bei der Partnerwahl. Ich rede deswegen drüber, weil wenn wir nachher darüber sprechen, wenn man jetzt jemanden heiratet, der nicht den gleichen Glauben hat, dann ist das vom Prinzip her schon etwas, was nicht gut ist. was schon eine gewisse Hemmschwelle ist für unsere eigene Ehe und auch für die Dauer und für den Erfolg der Ehe, kann man sagen, oder besser gesagt auch, dass ich mich in der Ehe wohlführe, dass die Ehe glücklich und harmonisch sein kann. Ein Zitat von Ellen White dazu. Und zwar, sie sagt, ab zu den Spuren des großen Arztes, seit der 293, wer heiraten will, sollte zuvor die Wesenszüge und Empfindungen des Menschen, mit dem er sein Leben teilen möchte, genau kennenlernen. Jeder Schritt in Richtung Ehe sollte von Einfachheit, Aufrichtigkeit und Zurückhaltung gekennzeichnet sein und von dem Bemühen, Gott zu ehren und zu gefallen. Die Ehe verändert nicht nur das weitere Leben, sie hat Auswirkungen bis auf die neue Erde. Ein Christ, der es ernst meint, wird darum keine Entscheidung treffen, die Gott nicht gutheißen kann. Natürlich sollten wir ja Gott in alle Entscheidungen, die wir treffen, ob das die Berufswahl ist oder wohin ich ziehe, wo ich lebe, aber natürlich auch die Partnerwahl, sollten wir Gott in allen Dingen mit einbeziehen und Gott fragen. Und ich denke, dass die Partnerwahl, neben der Frage, was ich glaube, die wichtigste Entscheidung ist. Denn im Beruf kann ich ab und zu mal wechseln zwischendurch. und mit dem Ort kann ich auch wechseln. Ein Auto kann ich auch wechseln. Aber meine Frau oder meinen Mann kann ich nicht wechseln. Deswegen ist die Entscheidung, die man hier trifft, eine Entscheidung, die für das ganze Leben sehr weitreichend ist. Und deswegen sollte man sich da durchaus auch lieber einmal mehr Gedanken machen als zu vorschnell jemanden heiraten und hinterher merkt man, das war doch nicht so das, was gut ist. Ich habe hier noch einige Tipps aufgeschrieben. Und zwar, ich habe vor einiger Zeit eine Jugendstunde gehalten hier in Mannheim über die Frage, wie kann ich einen richtigen Partner finden? Und da habe ich, ich glaube, es sind 14 Tipps aufgeschrieben, die einem helfen können, den richtigen Partner zu finden. Erstens, bete jeden Tag um den richtigen Partner. Zweitens, nehme dir fest vor, nur einen gläubigen Partner zu wählen. Drittens, schaue bei deiner Partnerwahl vor allen Dingen auf die inneren Werte. Viertens, frage einen Menschen um Rat, zu dem du Vertrauen hast und der Jesus nachfolgt. Fünftens, lasse dich bei der Partnerwahl nicht zu sehr von deinen Gefühlen leiten, sondern schalte den Verstand ein. Natürlich kann man ohne Gefühle auch niemanden gern haben oder jemanden heiraten wollen, aber wenn das nur die Gefühle sind, dann geht es manchmal schwierig. Deswegen sollten natürlich die Gefühle müssen natürlich dabei sein, dass man auch den anderen lieb hat und auch Gefühle da sind, aber man sollte auch den Verstand natürlich einschalten. Man sagt manchmal, Liebe macht blind und das ist eine Gefahr. Man übersieht manchmal die negativen Seiten des Partners. Deswegen ist es gut, wenn man mit einem anderen nochmal darüber spricht, weil der vielleicht das besser sehen kann und diesen blinden Fleck auf dem Auge vielleicht nicht hat und mir das durchaus sagen kann, was er da noch sieht. Sechstens, halte Abstand von deinem Idealbild. Einen Traummann oder eine Traumfrau gibt es nicht. Natürlich ist es so, dass wir so ein gewisses Bild haben, wie unser Partner sein sollte, aber wenn wir nur nach diesem Bild gehen, dann werden wir nie heiraten, weil so einen perfekten Mann oder eine perfekte Frau, wie wir uns das vorstellen, gibt es in der Wirklichkeit nicht, denn ich bin ja auch nicht perfekt. Deswegen muss man an manchen Punkten auch ein bisschen Abstriche machen von diesem Idealbild. Siebtens, meine Zärtlichkeiten als Annäherungsinstrument. Achtens, spiegle nicht mit einem Menschen, zeige ihm nur dann besondere Aufmerksamkeiten, wenn auch wirklich Interesse an einer Partnerschaft bei dir besteht. Neuntens, bete um Gelegenheiten, dem Menschen, den du liebst, deine Liebe zu zeigen. Zehntens, bitte Gott um Gewissheit, dass der Partner, den du gewählt hast, der Richtige ist. Elftens, denke bei allem, was du tust, zuerst an deinen Partner. Zwölftens, wenn Probleme auftauchen, spreche ganz offen mit deinem Partner darüber. Das ist natürlich jetzt die beiden Dinge, wenn man jetzt schon einen Partner hat, wenn man befreundet ist. Dreizehntens, wenn du merkst, dass du und dein Partner nicht zusammenpassen, sei so ehrlich und mache Schluss. Und vierzehntens, bitte Gott bei jedem Partnerschaftsproblem und Führung, sage ja zu dem, was Gott dir zeigt, auch wenn es schwer ist. Warum ist das wichtig? Weil wir manchmal unsere Gefühle so stark sind, dass wir aus dem Gefühl heraus anders entscheiden würden. Aber weil Gott viel mehr sieht und viel besser weiß, was kommt und was ist und uns und den anderen kennt, sind das, was er sagt, immer das Bessere. Deswegen ist es gut, dem auch zu folgen. So, das waren so ein paar Hilfen bei der Partnerwahl, aber das ist nicht unser Thema heute. Aber das Thema ist wichtig als Vorbereitung über die Frage, was ist jetzt, wenn wir einen Partner haben oder einen Partner heiraten, der vielleicht nicht an Gott glaubt. Jetzt nochmal die Frage, eine Zusammenfassung, warum sollten wir nur einen gläubigen Partner wählen? Erstens, weil die Bibel es sagt. Ich habe hier zwei Bibeltexte, einmal im Neuen Testament, im 2. Korinther 6, Vers 14, wo Paulus sagt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Das heißt, am fremden Joch ziehen, das bedeutet, damals waren ja zum Beispiel die Ochsen in so ein Joch eingespannt, damit sie den Flug ziehen konnten und man hatte ein gemeinsames Joch, um auch gemeinsam arbeiten zu können. Und die Ehe ist so ein gemeinsames Joch, Joch nicht in dem Sinne, dass es eine Last ist, sondern dass es eine Hilfe ist, um das Leben zu gestalten, dass man sein Leben in einem Bund zusammen verbringt. Und da sagt Paulus, dass wir hier nicht mit den Ungläubigen. Warum? Weil die Gerechtigkeit mit der Ungerechtigkeit und das Licht mit der Finsternis ist schwierig, Gemeinschaft zu haben. Zweiter Bibeltext, 5. Mose 7, Verse 1-4 hat Gott im Alten Testament dem Volk Israel folgendes gesagt, wenn dich der Herr, dein Gott, in das Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen und er ausbrottet viele Völker vor dir her, die Hittiter, Girashiter, Amoriter, Kananiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, sieben Völker, die größer und stärker sind als du und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen, so wird dann das Herrn Zorn entbrennen über euch und euch bald vertilgen. Was ist der Grund, warum Gott ihnen verboten hat, Misch-Ehen zu führen mit den anderen Völkern? Weil er sagt, wenn ihr euch mit ihnen verheiratet, dann werden sie vom richtigen Weg abkommen. Und wenn wir in die Geschichte Israels hineinschauen, dann ist das auch genau so geschehen. Es gab einige Stellen, wo sie anfingen, sich mit den heidnischen Völkern zu vermischen und ein direkter Abfall war die Folge. Das war, bevor sie ins Land Kanan eingezogen sind. Der Rat von Balak, dass hier eine Vermischung stattfinden sollte von Gottes Volk und seinen Feinden. Oder auch der Salomo, der eine ganze Reihe Frauen hatte und auch viele Frauen hatte von anderen Völkern, mit anderen Religionen. Und Salomo war der weiseste und der demütigste und gläubigste Mensch und er ist verführt worden. Das heißt, denn die Frauen neigten sein Herz zu den anderen Göttern und dann hat er einen Tempel für die gebaut und dann hat er mit ihnen zusammen angebetet. Das heißt, auch ein sehr, sehr gläubiger Mensch ist nicht außer der Gefahr vom Glauben abzufallen, wenn er einen Ehepartner hat, der nicht an Gott glaubt oder anderen Göttern folgt, nicht den gleichen Glauben hat wie man selbst. Das ist der Grund, warum die Bibel sagt, dass wir keinen Ehepartner wählen sollen, der nicht an Gott glaubt. Zweitens, warum wir nur einen gläubigen Partner wählen sollten. Ellen White sagt es, hier habe ich ein Zitat, es gibt eine ganze Reihe Zitate von ihr, ich habe hier Nummer 1 angeführt, können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander, Amos 3, Vers 3 zitiert sie hier, Glück und Gelingen einer Ehe hängen von der Einheit beider Partner ab, zwischen einem Gläubigen und einem Nicht-Ungläubigen, gibt es aber in Geschmack, Neigungen und Zielen schwerwiegende Unterschiede. Sie dienen zwei Herren, zwischen denen es keine Übereinstimmung gibt. Wie rein und korrekt die Beweggründe des einen Partners auch sein mögen, der Einfluss eines ungläubigen Partners wird die Tendenz haben, von Gott wegzuführen. Jetzt könnte jemand sagen, naja, aber ich erlebe das, ich erlebe das gar nicht so. Ich habe viele Freunde, die nicht an Gott glauben und mit denen bin ich doch in meinem Geschmack, in meinen Neigungen, in meinen Zielen großenteils einig. vielleicht solltest du dich dann fragen, wie dein Glaube überhaupt aussieht. Wenn deine Ziele und dein Geschmack und deine Neigungen genauso sind wie bei den ungläubigen Menschen, könnte es eventuell sein, dass dein Glaube nicht so ist, wie er sein sollte? Und wenn du dann, wenn dein Glaube vielleicht sowieso nicht so auf einer starken Ebene steht, dann noch einen Partner heiratest, der nicht an Gott glaubt, dann geht es umso schneller, und dass man irgendwo in Gefahr ist, falsche Wege zu gehen. Deswegen ist es immer der Einfluss des ungläubigen Partners mit der Tendenz von Gott wegzuführen. Es heißt nicht, dass es immer so sein muss, aber wenn wir uns mal einfach die Ehen anschauen in unserer Gemeinde, in den letzten 20, 30, 40 Jahren, dann schreibt man fest, es gibt eine ganze Reihe Ehen, wo es verschiedene Konfessionen hat, innerhalb der Gemeinde, wo der adventistische Ehepartner im Glauben steht und auch im Glauben gestanden ist und noch bleibt, aber das ist nicht die Mehrheit. In der Mehrheit der Fälle ist es so, dass der gläubige Partner, der adventistische Partner doch anfängt, Kompromisse zu machen und Schritt für Schritt irgendwo im Glauben nachlässt. Drittens, man muss viele Kompromisse machen und das ist einfach aus dem Alltag heraus. Zum Beispiel, wenn man gläubig ist und man zur Adventgemeinde gehört, dann ist die Adventgemeinde ja nicht nur am Sabbatmorgen zum Gottesdienst zu gehen, sondern das ist ja das ganze Leben und das Gemeindeleben ist ja nicht nur am Sabbatmorgen der Gottesdienst, da hat man am Sabbat-Nachmittag Veranstaltung, da hat man eine Gemeindefreizeit, da hat man Missionseinsatz, da hat man einen Gebetskreis, da hat man verschiedene andere, Ausschüsse und so auch immer, wo man, wenn man da aktiv mit dabei ist, wie kann denn der ungläubige Partner, der das alles nicht mitmacht, da habe ich mein halbes Leben, ja ich muss ja arbeiten und nebenbei auch noch habe ich das Gemeindeleben und wenn der Partner bei der Arbeit nicht bei mir ist und beim Gemeindeleben auch nicht mitmacht, da muss ich ja auch mal Kompromisse machen, dass ich sage, okay ich muss auch mit meinem Partner ja mal irgendwo mal Zeit verbringen und dann sagt er, okay am Sabbat-Nachmittag machen wir jetzt aber das und das, ja ich möchte jetzt aber hier in den Zoo gehen und schon ist die Frage, ich will ja aber kein Geld ausgeben und schon fängt man an irgendwo, oder der andere Partner sagt, ja ich will aber meinen Schweineschnitzel heute Mittag haben, ja also deswegen ist es unglaublich schwierig, da immer wieder Wege zu finden und ich muss euch sagen, ich habe schon sehr viel Ehe, Seelsorge, Ehegespräche gehabt und gerade in solchen Fällen, wo adventistische Jugendliche einen Partner geheiratet haben, der nicht Adventist ist und ich stelle eigentlich in jeder Ehe, die ich dann so treffe, wenn ich mit Ihnen spreche, stelle ich eine Frage, wenn ich mit dem Partner, wenn ich mit dem Adventistischen alleine bin, heißt das, nicht wenn ich mit Ihnen zusammen mal spreche, sondern wenn ich mit dem Adventistischen alleine spreche, dann frage ich sie, würdest du das wieder so machen, wenn du das gleiche nochmal machen könntest? Interessant ist, was die Antwort ist. Viele sagen, wir haben eine harmonische Ehe, es geht, natürlich man kann sich mit Kompromissen irgendwo arrangieren, es geht, aber 95% der Personen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, ich würde es nicht wieder machen. Es gibt zu viele Dinge, die sich als belastend für die Ehe herausstellen, die schwierig sind. Und wenn ich dann frage, welche das sind, dann reden sie eben darüber, aber das würde jetzt zu weit führen. Natürlich, was wir gesagt haben, eben auch, warum die Bibel und auch allmeid es sagen, die Gefahr des Abfalls ist da, dass man eben manchmal, weil man Kompromisse macht, manchmal auch faule Kompromisse macht oder schlechte Kompromisse macht und dann irgendwann auch in der Gefahr ist, nicht mehr so. Zum Beispiel, wenn der Mann Adventist ist und die Frau nicht und die Frau kocht und der sagt, der Mann, ich will aber kein Schweinefleisch mehr haben und ich will auch keinen Tintenfisch mehr haben und ich will auch keine Krabben mehr haben und ich will auch und dann sagt die Frau, ja, aber das essen wir doch jetzt jeden Tag. Das heißt, wenn sie sagt, aber ich bin gar nicht bereit, ich bin gar nicht bereit, mich darauf einzustellen, dann ist das manchmal schwierig. Natürlich kann man sagen, okay, ich mache zweimal Essen, einmal für dich, einmal für mich, wenn ich das noch immer noch selber essen will, aber es ist immer eine Tendenz da, aus Liebe zum Partner etwas zu tun, was nicht nach Gottes Willen ist. Und natürlich ist die Einheit in Gefahr. In vielen Fällen ist es dann manchmal so, dass die innere Einheit, die innere Verbundenheit immer weniger wird. Weil der gläubige Partner sich, wenn er wirklich an Gott glaubt, sich immer mehr entwickelt und immer mehr mit Gott verbunden ist und immer mehr in der Heiligung zunimmt und auch immer Jesus ähnlicher wird und der andere, wenn er nicht an Gott glaubt, nicht. Das heißt, ihre Charakterentwicklung geht auseinander, verschiedene Richtungen. Und dadurch wird auch die Einheit in der Ehe nicht unbedingt besser. Und die Bibel sagt auch, dass die Ehe ein Symbol ist für unser Einssein mit Christus. Paulus sagt, so wie Mann und Frau eins sind, so ist es auch ein Bild für Christus und die Gemeinde. Und hier möchte eben Gott auch zeigen, dass eben Christus mit seiner Gemeinde vollkommen eins sein möchte. Christus sagt, ich in euch und ihr in mir. Und das soll eben auch ein Bild für die Ehe sein, dass wir auch in unserer Ehe das zeigen können, diese vollkommene Einheit, ein Fleisch zu werden und das denke ich mit einem Partner, der auch an Gott glaubt. Natürlich heißt das nicht, wenn ich jetzt einen gläubigen Partner gewählt habe, dass damit alles in Butter ist. Ich kann auch einen gläubigen Partner wählen und es kann trotzdem Schwierigkeiten geben und Probleme geben und kann trotzdem auch Scheidungen geben. Das ist nicht die Garantie, dass ich eine glückliche Ehe habe. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Grundsatz, ein ganz wichtiges Prinzip in der Frage der Partnerwahl. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich frage, manchmal sind Jugendliche da, die in kleineren Gemeinden irgendwo sind und die fragen sich ja, wo kriege ich denn so einen Partner her? In meiner Gemeinde, da ist keiner von anderen Geschlecht, der irgendwo in dem Alter wäre und vielleicht eine oder zwei, aber die sind gerade nicht unbedingt in meinem Geschmack oder in meinem Typ. Was mache ich dann? Das ist nicht mehr ganz einfach. Am besten kommt ihr nach Mannheim. Wir haben eine große Jugendgruppe hier. Aber nicht nur in Mannheim, es gibt auch sonst genügend Gelegenheiten. Dass man irgendwo, darum kann man darum beten. Ob das jetzt Youth and Mission Kongress ist oder ob das jetzt andere Konferenzen oder Kongresse sind oder was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, andere kennenzulernen. Oder man kann ja auch durchaus, Jugendliche sind heute sehr flexibel und mobil, man kann auch durchaus mal andere Jugendgruppen besuchen. Warum nicht? In Nachbarorten, Nachbarstadt hier und dort mal. Es ist nicht verboten. Noch ein Text von der Gemeindeordnung, Gemeindehandbuch. Hier heißt es auf Seite 195, Ausgabe 2012. Die Chance, dass eine Ehe Bestand hat und die Erfüllung finden wird, die Gott für die Familie vorgesehen hat, ist deutlich besser, wenn Ehemann und Ehefrau durch dieselben geistlichen Werte verbunden sind und den gleichen Lebensstil pflegen. Aus diesen Gründen rät die Kirche der Sieben-Tags-Adventisten dringend von einer Heirat zwischen einem Sieben-Tags-Adventisten und einem Nicht-Adventisten ab. Sie fordert ihre Pastoren auf, eine solche Eheschließung nicht zu vollziehen. Das ist der Grundsatz. Und zwar ist es Folgendes. Es könnte jemand sagen, okay, einen gläubigen Partner wählen, was ist denn gläubiger Partner? Dann wähle ich halt einen Baptisten oder einen Methodisten oder einen Pfingstler oder was auch immer. Also da würde ich sogar sagen, da gibt es noch mehr Schwierigkeiten. Warum? Wenn du jetzt einen wiedergeborenen, bekehrten, es gibt ja in allen Kirchen bekehrte Christen, wiedergeborene Christen, die auch, denke ich, auch erlöst sind im Lebensbuch des Himmels, des Lammes stehen. Aber wenn man jetzt so hier einen Partner heiratet und dieser Partner am Sonntag an seine Kirche geht und ich am Sabbat in meine Kirche gehe und in der Kirche gibt es ja auch ein gewisses Gemeindeleben und er nimmt dort teil und ich nehme hier teil und dann kommen Kinder und die gehen der Kinder am Sabbat mit mir zum Gottesdienst und am Sabbat mit dem anderen zum Gottesdienst am Sonntag mit dem anderen zum Gottesdienst und dann kommen irgendwelche Veranstaltungen und dann ist eigentlich das geistliche Leben, was eigentlich ja uns verbinden sollte, ist aber immer etwas, was uns noch mehr trennt. Wenn ein Partner gar nicht in einem aktiven Gemeindeleben drin steht, ist es noch leichter, dass man ihm vielleicht mal sagt, okay, wir haben jetzt hier Pottler, komm doch mal mit oder irgendwie so eine soziale Stunde mal. Das heißt, als wenn jeder in seiner Gemeinde aktiv ist oder dabei ist und dann geht es ja ganz in zwei verschiedene Richtungen. Deswegen ist nur die Sache, die Frage zu sagen, naja, wir haben, ich habe jetzt einen Partner, der jetzt an Gott glaubt, aber in eine andere Kirche geht, ist nicht die Lösung. Und außerdem sind da immer noch die Fragen, wie hier steht vom Lebensstil. In vielen Kirchen sieht das so aus, dass sie sagen, dein Glaube an Gott betrifft nur deine religiöse Ebene, deinen Alltag gar nicht. Wenn du dich bekehrst, kannst du so weiterleben, wie du bist. In der Adventgemeinde ist es so, dass sie, wie die Bibel es auch sagt, dass der Glaube mein ganzes Leben umfasst. Nämlich, wie ich denke, was ich esse, welche Freizeitbeschäftigung ich habe, welche Musik ich höre, was für Bücher ich lese, was für Freunde ich habe. Das sind alles Dinge, die von der Bibel her uns sagen, die unser Leben verändern. Und deswegen ist es so, dass es gerade dieser Lebensstil, der biblische Lebensstil von anderen Christen mit dem Adventistischen nicht, im meisten Fällen nicht übereinstimmt. Selbst wenn vielleicht der in einer Gemeinde ist, wo auch der Zehnten gegeben wird und der sagt, der andere Partner, jetzt geben wir unseren Zehnten, aber in meine Gemeinde. Sagst du anderen, ich gebe meine Zehnten, diese Gemeinde. Was macht man denn? Also es gibt so viele Probleme dann, selbst wenn manche Dinge vielleicht sogar gleich sein sollten, aber trotzdem in verschiedenen Gemeinden da dann, dass das auseinanderläuft. Natürlich ist es anders, die ganze Geschichte es verhält sich ganz anders, wenn jemand, der schon verheiratet ist, sich bekehrt und Adventist wird. Und wenn einen Partner hat, der nicht an Gott glaubt. Warum ist das anders? Naja, da habe ich mir den Partner ja nicht vorher ausgesucht. Oder andersrum gesagt, ich habe ja nicht, während ich gläubig war, überlegt, jetzt muss ich mir einen gläubigen Partner suchen. Und deswegen gilt das natürlich nur für die Partnersuche, dass ich, wenn ich mir einen Partner suche, mir überlege, der Partner, den ich habe, sollte auch an Gott glauben. Andererseits hat das Gemeindehandbuch, aber dann auf der nächsten Seite, das möchte ich auch noch vorlesen, das ist das Prinzip, was wichtig ist, was wir hier gelesen haben. Aber im nächsten Absatz heißt es denn, wenn ein Gemeindeglied doch eine solche Ehe eingeht, nämlich von einem Nicht-Adventisten, soll die Gemeinde dem Paar dennoch Zuwendung und Liebe erweisen und es zu einer vollständigen Einheit in Christus ermutigen. Das heißt, das Prinzip gilt, aber wenn ein Mensch nicht so handelt, sollen wir ihn trotzdem lieben und ihn annehmen. Wir sagen deswegen nicht, wenn jemand einen Nicht-Adventistischen Ehepartner hat, deswegen muss er aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, nein, sondern dass man ihn trotzdem akzeptiert, annimmt, ihn als Person auch annimmt. Ich denke, das ist wichtig. Es gibt auch Fälle, wo auch selbst der Nicht-Adventistische Partner, der Adventist geworden ist, gibt es ja auch. Obwohl das sicherlich, ich denke, von meiner Erfahrung her würde ich sagen, 10% vielleicht, 10% der Fälle, wo der andere auch dann zum Glauben an Gott gefunden hat. Ja, jetzt ist die nächste Frage, was machen wir jetzt, wenn ein Paar zu uns kommt, zu mir kommt, als Prediger, als Pastor, zur Gemeinde kommt und sagt, wir möchten uns trauen lassen und einer von den beiden ist Adventist und der andere nicht. Trauen wir sie oder trauen wir sie nicht? Die Sache ist die, sowas kommt ja öfter mal vor. Gut, es gibt jetzt vier Möglichkeiten, wie wir damit umgehen könnten. Und alle diese vier Möglichkeiten, es gibt, ich könnte euch von jedem dieser vier Dinge Beispiele erzählen, wo manche Gemeinden so damit umgehen. Der erstens ist, nur, also wir trauen sie nur oder wir lassen sie nur in der Gemeinde, die Hochzeit zu, wenn beide Adventisten sind. Das heißt, wenn einer nicht Adventist ist, dürfen sie prinzipiell nicht in der Gemeinde heiraten. Manche Gemeinden handeln so. Das ist vor allen Dingen auch in der dritten Welt vor allen Dingen so. Das ist oftmals. Gut, zweitens, dass man sagt, wir würden auch eine Trauung zulassen, wenn der nicht Adventistische Partner Bibelschutten bekommt und den Adventistischen Lebensstil akzeptiert. Eine dritte Möglichkeit, wenn der nicht Adventistische Lebenspartner oder Ehepartner oder der Gäste heiraten will, den Adventistischen Lebensstil akzeptiert, aber keine Bibelschutten bekommt. In anderen Worten, der könnte auch ungläubig sein, aber halt den Lebensstil akzeptiert. Und viertens, dass man sagt, wir trauen sie generell immer. Also ich kenne Gemeinden, die sagen, wir trauen sie immer, ich denke, dass das nicht gut ist, haben wir im vorigen Zitat schon gelesen, Gemeindehandbuch, wo es hieß, dass eigentlich dem Predigen verboten wird, eine Ehe zwischen einem Adventisten und einem Nicht-Adventisten zu schließen oder in der Gemeinde sie zu trauen. Die Frage ist, was ist von denen richtig? Was ist von denen gut? Wie gehen wir damit um? Wenn ich jetzt Abstimmung machen würde, dann würde ich sicherlich von jedem von diesen vier Punkten irgendwelche Hände finden, die sich für irgendwas melden würden. Was machen wir da? Ich denke, ein Punkt vielleicht noch, der interessant ist, was noch wichtig ist und nebenbei aber nur, ökumenische Trauungen sind prinzipiell nicht erlaubt. Was ist eine ökumenische Trauung? Ökumenische Trauung heißt, wenn man zwei Ehepartner hat aus zwei verschiedenen Konfessionen und von jeder Konfession jeweils der Pastor Hauptelemente der Trauung übernehmen. Der eine macht die Trauansprache und der andere macht das Segensgebet oder das Eheversprechen. Das heißt, solche ökumenischen Trauungen gehen gar nicht. weil erstens wir mit der Ökumene nicht unbedingt so befreundet sind, wir auch nicht glauben, dass das gut ist, richtig ist. Zweitens natürlich aber auch, dass wir damit zeigen würden, dass es gut ist, dass wir um Gottes Segen bitten für eine Ehe, wo wir genau wissen, dass uns zwei verschiedene Konfessionen und jeder Ehepartner ist in seiner Konfession verwurzelt, sonst würde er nicht seinen Pastor dabei haben wollen und dass es in zwei verschiedenen Richtungen geht. Und das ist etwas, was wir prinzipiell nicht gut heißen und deswegen auch nicht in dieser Trauung um den Segen Gottes mitmachen können. Deswegen ist eine ökumenische Trauung auch laut Working Policy unserer Gemeinschaft nicht möglich und nicht erlaubt. Gut, nochmal zurück zu den anderen vier. Wie gehen wir damit um? Ich denke, das erste ist schon mal gut. Wenn man das Wort nur mal in ein bisschen in Klammern erstmal setzt, das heißt, wenn beide Adventisten sind, natürlich lassen wir die Trauung zu. Das sollte auch der Normalfall sein. Ich denke, das unten kann man streichen, dass man sagt, wir machen es prinzipiell immer, weil es Fälle gibt, wo auch das Gemeindehandbuch sagt, eine Prediger sollte es nicht tun. Aber es sollte Möglichkeiten geben oder Ausnahmen geben, wo man das auch machen kann. Das Gemeindehandbuch schlägt eine Sache vor, ich lese euch das mal vor. Das Gemeindehandbuch favorisiert Nummer drei, dass sie sagen, wenn der nicht-apventistische Ehepartner den Lebensstil, den apventistischen Lebensstil akzeptiert, auch wenn er selbst nicht daran glaubt, ist es in Ordnung, dann kann man sie trauen. Gemeindeordnung, Seite 253, sagt, als konfessionsverschiedene Ehe wird hier eine Ehe zwischen Partnern verschiedener Konfessionen oder Religionen bezeichnet. Wenn solch ein Paar eine kirchliche Feier wünscht, ist dies nur möglich, wenn im Rahmen ausführlicher Seelsorgegespräche sichergestellt wurde, dass in der Ehe ein adventistisches Familienleben möglich sein wird. Das heißt, wenn der nicht-apventistische Partner die adventistische Lebensweise des Anderen anerkennt und den Haushalt und Familie zulässt, soll dieser Gottesdienst in den Räumen der Gemeinde stattfinden, ist die Zustimmung des Gemeindeausschusses erforderlich. Das heißt, hier geht es nur darum, dass der nicht-apventistische Partner die adventistische Lebensweise, Essen, Zehnten, Lebensstil, all diese ganzen Dinge, zulässt. Also er muss sich nicht selber machen, er kann ruhig selbst einen anderen Lebensstil haben, aber er muss den Partner Freiraum geben, seinen adventistischen Lebensstil auch auszuleben. Und wenn das der Fall ist, sagt das Gemeindehandbuch, dann kann man sich trauen. Ich hätte damit schon einige Anfragen und Bedenken mit dieser Definition. Warum? Weil dann man sagen kann, dann kann ein adventistischer gläubiger Mensch mit einem Atheisten verheiratet sein, wo doch die Grundlagen, die wichtigsten Grundlagen der Ehe, der Einheit nicht da sind. Und das hier, ja, also ich hätte da ein Problem damit, zu sagen, jetzt können wir um den Segen Gottes dafür beten, für diese Ehe. Denn übrigens, die Ehe schließen wir ja auch nicht in der Gemeinde, bei der kirchlichen Trauung. Das ist in jedem Land wieder verschieden. In Deutschland ist es so, dass die Ehe geschlossen wird auf dem Standesamt. Und auch wenn sie nicht in der Gemeinde heiraten oder überhaupt kirchlich heiraten, sind sie trotzdem verheiratet. Sonst hätten wir ja tausende von Leuten in Deutschland, die hier rumlaufen, die nicht kirchlich geheiratet haben, die alle nicht verheiratet wären. Natürlich sind die verheiratet, wenn sie auf dem Standesamt geheiratet haben. Deswegen ist es so, der offizielle Eheschluss, das heißt also, die Eheschließung findet auf dem Standesamt statt. Und was machen wir in der Gemeinde? Die Trauung in der Gemeinde ist dafür da, dass wir das Versprechen vor Gott und vor der Gemeinde wiederholen, dass wir Gott um seinen besonderen Segen bitten für diese Ehe, die jetzt beginnt. Und da ist natürlich auch Folgendes, um Gottes besonderen Segen bitten zu können, heißt es auch, dass wir uns nach dem richten sollten, was Gott uns in seinem Wort und durch Ellen White auch offenbart hat. Dass wir seinen Willen auch entsprechen. Deswegen gibt es gewisse Dinge, wo man sagen kann, wo es schwierig ist, solch eine Ehe in der Gemeinde zu schließen. Deswegen würde ich persönlich Folgendes vorschlagen, das haben wir auch im Gemeindeausschuss, mal so ziemlich lang, ich weiß noch, wir haben zwei Gemeindeausschüsse gehabt und noch einen dritten, wo wir den ganzen Abend nur drei Stunden Zeit genommen haben, über diese Fragen zu sprechen. Wie ist es mit Punkt 2 und Punkt 3? Wo ist die Frage, wo kann man eine Trauung akzeptieren und wo nicht? Ich habe das immer so praktiziert, dass ich sage, der Normalfall sollte Punkt 1 sein, wenn beide Adventisten sind, ist es keine Frage, es ist gut, dass man so eine Trauung auch durchführt. In Ausnahmefallen sollte auch Folgendes möglich sein, wenn der nicht Adventistische Ehepartner Bibelstunden bekommt, das heißt, er auf dem Weg ist, dass er sich mit Gottes Wort beschäftigt, dass er darin lebt, darin wächst und dann auch, wie natürlich auch der Adventistische Lebensstil akzeptiert wird, dann haben wir auch eine Grundlage für gemeinsame Werte. Normalerweise sollte es natürlich so sein, dass erst die Taufe und dann die Hochzeit ist. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Adventistischer Jugendlicher mit einem anderen befreundet ist, und der befreundete, der nicht Adventistische Partner, kommt Bibelstunden, dass man dann abwartet, bis er getauft ist. Natürlich könnte es sein, dass er sich nur wegen des Partners taufen lässt. Das wäre auch nicht unbedingt das Gute. Es gab auch schon mal Fälle, wo dann jemand hat sich taufen lassen wegen des Partners und dann hat er geheiratet und einen Tag nach der Hochzeit ist er wieder ausgetreten und hat gesagt, jetzt habe ich dich ja und jetzt ja. Aber das natürlich ist das ein bisschen, deswegen sollte man sich genau überlegen und auch schauen, ist das wirklich vom Herzen her. Ich kann euch ein Beispiel erzählen, das war im vorigen Bezirk, ein junger Mann, ein fantastischer Jugendlicher, verliebt sich in ein junges Mädchen, waren beide schon ein bisschen älter, so um die 25 waren sie glaube ich darum, verliebt sie ein junges Mädchen und sie ist nicht Adventistin, er bringt sie mit und dann nach zwei, drei, vier Mal, wo sie mitgekommen ist, fragt sie mich, ob sie Bibelschritten haben kann. Da habe ich gedacht, ja natürlich, ist in Ordnung, haben wir Bibelschritten begonnen und gerade in solchen Fällen achte ich immer sehr darauf, man kann das ein bisschen rauskriegen, ein bisschen nachfragen, ein bisschen gucken, was solche Motivation der andere das macht. Zum Beispiel merkt man das daran, wenn der andere selber eine persönliche Beziehung zu Gott aufbaut, seine persönliche Andacht hat, seine persönliche stille Zeit hat, wo er in der Bibel liest und im Gebet mit Gott verbunden ist und so weiter, dann ist es auch so, dass er auch selber geistlich weiter wächst. Und das ist die junge Frau, die war ganz aktiv dabei und ganz begeistert dabei. Naja und die beiden, es ging so ein Jahr, die waren befreundet, aber sie waren nicht verlobt und dann, weiß ich noch genau, nach einem Jahr ungefähr, der Bibelstunden, hat die junge Frau sich dann entschlossen, sich taufen zu lassen. Naja und wie das, wenn das jemand getauft wird, geht das folgendermaßen, dass man dem Ausschuss vorgestellt wird und wenn der Ausschuss dann die Taufe empfohlen hat, wird das der Gemeinde vorgestellt und dann kann derjenige getauft werden. und ich weiß noch, da hatten wir den Abend gehabt, wo der Ausschuss gewesen ist, da ist sie dem Ausschuss vorgestellt worden, die Taufe sollte so drei Wochen später stattfinden oder zwei Wochen später war die Taufe und an dem Abend, wo der Ausschuss Ja gesagt hat, dass sie getauft werden kann und sie hat ihr diesen Entschluss gefasst, hat er ihr einen Heiratsantrag gemacht. Das war für sie eine sehr positive Erfahrung. Sie hat gleichzeitig ihre Taufe, die jetzt vor ihr stand, auf die sie sich gefreut hat und gleichzeitig noch natürlich ihr Heiratsantrag ihres Freundes. Dann ist sie getauft worden und ich weiß nicht, wie lange danach, halbes Jahr, dreiviertel Jahr danach haben sie dann geheiratet. Ich denke, das ist eigentlich der Weg, den man an so keinem Fall einschlagen kann. Dass man sagt, okay, einen anderen Menschen als Freund zu haben, der nicht an Gott glaubt, ist ja noch möglich. Aber wenn ich dann sehe, dass er den Weg mit Gott geht und auch diesen Weg einschlägt und auch den gleichen Weg nachher, wie ich geht, dann ist es gut. Wenn er aber den Weg nicht gegangen wäre und er hätte auch gesagt, wenn sie sich nicht entschlossen hätte, sich taufen zu lassen, wenn sie an den Weg gegangen wäre, hätte er sie nicht geheiratet. Also deswegen ist es schon, denke ich, gut, einen Grundsatz zu haben, dass hier der Glaube auch der gleiche ist. Deswegen nochmal zurück zu dem anderen. sollte eigentlich das der Normalfall sein, dass der andere getauft ist und dann man heiraten kann. Aber was ist jetzt, was für Ausnahmen gibt es denn hier? Ja, es gibt jetzt folgende Ausnahmen. Ich stelle euch vor, ein Paar kommt, einer ist Adventist, der andere ist nicht Adventist und die Braut ist schwanger. Das heißt, in dem Moment, wo die Braut schwanger ist, kann man nicht sagen, es warten wir noch ein Jahr bis zur Taufe, denn ist das Kind ja schon da. Im Normalfall möchten sie ja gerne, wenn die Braut schwanger ist, das vor der Geburt heiraten. Also mit anderen Worten, da ist ein gewisser Zeitdruck da. Andererseits, die Taufe kann ich ja nicht sagen, jetzt mache ich die Taufe deswegen früher, wenn das noch nicht bereit ist, der Taufe, kann ich ja nicht den schon taufen, wenn er noch gar nicht so weit ist. Deswegen könnte es da, natürlich ist es Folgendes, wenn die Braut schwanger ist, rede ich gleich noch drüber, das sollte auch nicht der Normalfall sein, weil die Bibel sagt, dass die Sexualität in die Ehe hineingehört. Und da reden wir gleich noch mal drüber, wie man damit umgehen kann, aber es kommt halt mal vor, dass auch schon mal ein Paar vor der Ehe, vor der Hochzeit Sex hatte und die Frau schwanger geworden ist. Und so einen Fall haben wir, wie gesagt, in der Gemeinde bei uns auch schon gehabt. Und da haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und es war genau so gewesen, oder es gibt auch andere Terminprobleme. Man könnte jetzt viel konstruieren, was ist da noch für, also das heißt in anderen Worten, dass man die Hochzeit im Endeffekt nicht verschieben kann und bis zur Taufe warten kann. Aber in den zwei Fällen, die wir hier bei uns in der Gemeinde hatten, wo die Braut schwanger war, war das genau so, dass im Augenblick muss ich nochmal zurückgehen, dass der nicht-adventistische Partner Bibelschunden bekommen hat, auf dem Weg war und auch die adventistischen Lebensstilfragen und Lebensgrundlagen akzeptiert hat. Und in dem Moment haben wir gesagt, als Ausschuss, okay, die Ehe kann adventistisch geführt werden und die Frage, ob jetzt beide Partner den Taufschein haben oder nicht Taufschein haben, ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass beide Partner in ihrer Beziehung zu Gott, in ihrem Leben mit Gott eins sein können und beide daran wachsen. und deswegen haben wir gesagt, wenn man das sieht, dass das funktioniert, dass er auf dem Weg ist, dass er sein Leben Gott gegeben hat und dass er auch das, was jetzt weiterkommt, dahinter steht, aber der Termindruck da ist, haben wir gesagt, gut, in dem Fall kann auch eine Ehe in der Gemeinde geschlossen werden, wenn der eine Partner noch nicht adventist ist. Gut, jetzt ist die Frage, was ist mit, wenn die Frau schwanger ist? Ich glaube, was man sagen sollte ist, prinzipiell erstmal, dass das nicht gut ist. Denn nach der Bibel ist Sex vor der Ehe Sünde. In 1. Geründer, Gebittel 6, Vers 9 und 10 heißt es, es gibt eine ganze Reihe Texte darüber, aber das ist nicht unser Hauptthema jetzt, deswegen werde ich nur am Rande darauf eingehen. Da heißt es, Hier werden vier sexuelle Sünden aufgeführt. Erstens Unzüchtige, zweitens Ehebrecher, drittens Lustknaben und viertens Knabenschänder. Unzüchtige, das bedeutet, Unzucht ist nach der Bibel Sex vor der Ehe oder auch Sex außerhalb der Ehe. Das heißt, wenn einer von den beiden, die jetzt Sex haben, verheiratet ist, natürlich nicht mit dem anderen, sondern mit jemand, einer anderen Person, dann ist das Ehebruch. Wenn aber jetzt die beiden nicht verheiratet sind, dann ist das Unzucht. Genau, also deswegen haben wir Unzucht, das ist also vor allen Dingen Sex vor der Ehe oder auch andere sexuelle Sünden. Ehebruch ist, wenn einer von den beiden mit einem anderen verheiratet ist. Lustknaben, das sind männliche Prostituierte und Knabenschänder sind Homosexuelle. Das sind die vier sexuellen Sünden, die hier aufgeführt werden. Und deswegen ist es so, und wenn ich zum Beispiel, dass Sex vor der Ehe Sünde ist, wenn ich zum Beispiel mit einem Paar, ein Paar kommt zu mir und sie wollen heiraten, dann mache ich immer mit Ihnen vorher eine Ehevorbereitung. Und in dieser Ehevorbereitung spreche ich auch mit Ihnen darüber, über diese Frage, weil es wichtig ist, denke ich. Und dann frage ich natürlich nicht, wie oft habt ihr denn Sex miteinander, und wie macht ihr das in eurem Alltag? Ich sage, was ihr bis jetzt gemacht habt, geht mir nichts an, ich bin kein Polizist, der jetzt da irgendwo sie ausfragen muss, sondern ich sage immer, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, gehe ich davon aus, dass ihr von jetzt an bisher heiratet, auch ihr an das haltet, was wir jetzt aus der Bibel gesehen haben. Das ist für mich wichtig. Von daher denke ich, muss das angesprochen werden, dass es auch in Jugendstunden, wenn wir darüber sprechen, dass die Jugendlichen einfach wissen, dass es einfach, wenn man miteinander befreundet ist und auch verlobt ist, dass man einfach mit dem Sex bis zur Ehe wartet. Warum das so ist, ist ein ganzes Thema für sich wieder, das wollen wir jetzt hier nicht ausbreiten. Normalerweise ist aber Sex vor der Ehe eine geheime Sünde. Und wenn ein Paar Sex vor der Ehe hatte oder hat, müssen sie das untereinander und vor Gott ausmachen, bekennen und Gott vergibt natürlich. Gott vergibt auch Unzucht. Deswegen, was hier im ersten Korinther 6 Vers 9 stand, dass sie das Reich Gottes nicht ererben werden, heißt nicht, wenn das jemand einmal gemacht hat, dass er dann automatisch für immer verloren ist, sondern das heißt, wenn jemand das gut findet und darin lebt, ein Lebensstil hat, der das praktiziert, dann ist er nicht gerettet. Das heißt, in einem dauerhaften Zustand, in einem dauerhaften sündigen Zustand lebt. Aber nicht, wenn jemand einmal etwas gemacht hat und dann Vergebung bekommen hat, denn jede Sünde kann Gott vergeben und vergibt Gott auch. Und deswegen, normalerweise ist das eine geheime Sünde, weil es nur die beiden wissen. Wenn natürlich die Frau schwanger wird, dann ist das keine geheime Sünde mehr, das ist eine öffentliche Sünde. Spätestens, wenn das Kind geboren ist, kann man zurückrechnen und wissen, dass das Kind vor der Ehe gezeugt worden ist. Und da gibt es eben das Prinzip, geheime Sünden muss jeder selbst für Gott bekennen, aber öffentliche Sünden müssen auch öffentlich bekannt werden. Und deswegen haben wir beim letzten Mal, als der Fall bei uns aufgetreten ist, Folgendes gesagt, zu der Braut, wir akzeptieren das, wir glauben, sie hat auch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie das leidtut, dass sie das erkennt, dass es nicht in Ordnung ist, dass es Sünde war und man hat gemerkt, dass ihr das auch unangenehm war. Und da haben wir gesagt, gut, wir vergeben dir auch und wir haben auch gesagt, wir trauen dich auch, denn wenn ein Kind unterwegs ist, dann raten wir ja, dass wir sagen, okay, wenn ihr sowieso heiraten wollt, dann heiratet möglichst bald, dass das alles legal ist, was ihr macht und auch, dass das Kind auch nicht unehelich auf die Welt kommt. Das heißt, wenn wir jetzt aber sagen, wir raten zur Hochzeit, aber wir sagen gleichzeitig, wir trauen euch aber nicht, dann ist es ein Widerspruch an sich selbst. Deswegen denke ich, wenn die Braut schwanger ist, heißt das nicht, dass wir deswegen nicht eine Hochzeit in der Gemeinde deswegen ablehnen würden. Manche sagen, naja, man muss ja das als Zeichen setzen, denn wenn man sie einfach heiraten lässt, dann sagen die anderen Jugendlichen, naja, dann kann ich ja machen, was ich will, ich kenne doch in der Gemeinde heiraten. Ich denke, das ist nicht das Argument, es geht nicht darum, um die Frage des Vorbildes. Ich denke, wir dürfen nicht jemanden bestrafen, dafür, dass er vielleicht Sex vor der Ehe hatte, dass wir sagen, wir trauen sich in der Gemeinde nicht. Sondern die Frage ist, dass die öffentliche Sünde auch öffentlich bekannt werden sollte. Und darum geht es. Deswegen haben wir beim letzten Mal das so geregelt, dass wir gesagt haben, die Braut, wir haben die Hochzeit gehabt und danach, entweder wo das Kind geboren war oder wo jeder gemerkt hat und gesehen hat, dass sie schwanger ist und dass es auch vor der Ehe schon schwanger war, dass sie dann auch vor der Gemeinde ein öffentliches Bekenntnis abgelegt hat und in dem Moment auch gezeigt hat, deutlich gemacht hat, es ist nicht gut, es ist nicht in Ordnung, es tut mir leid und sich entschuldigt hat. Und ich denke, das ist eine Art von Umgang, wo man sieht, der Sünder selbst sieht das ein und er möchte auch alles tun, um es ihm wieder gut zu machen, aber wir vergeben ihm auch und sagen, du darfst heiraten und das Bekenntnis ist einfach noch wichtig. Das Bekenntnis haben wir nicht vor der Hochzeit gemacht, denn bei der Hochzeit selbst hat man noch nichts gesehen, haben die meisten noch nicht gewusst, dass sie schwanger war. Erst in dem Moment, wo man den Bauch sieht oder das Kind da ist, in dem Moment wird es erst eine öffentliche Sünde und erst dann ist auch das öffentliche Bekenntnis auch erst notwendig und nicht vorher schon. Aber die Trauung wird deswegen nicht verweigert. Gut, es gibt auch drei verschiedene Arten, wie man trauen kann, eigentlich nur zwei. Einmal Trauung in der Gemeinde, das ist eigentlich der Normalfall, es gibt aber auch Trauungen zu Hause, die Haustrauung, habe ich auch schon durchgeführt, wo man dann auch in manchen Fällen auch, ja manchmal ist es so, dass die Ehepartner, die beiden Partner nicht in der Gemeinde heiraten wollen, manchmal vielleicht, wenn sie schon älter sind, wenn 70-Jährige oder 80-Jährige noch heiraten, dann ist das manchmal nicht angebracht, in der Gemeinde zu heiraten, macht man das meistens dann zu Hause oder auch sonst andere Gründe vielleicht vorliegen, wo jemand das nicht unbedingt möchte. Oder natürlich kann man auch sagen, wir lehnen Trauungen generell ab. Gut, vielleicht noch zum Schluss, warum solche Regelungen? Gott will unser Glück. Gott sagt solche Sachen, Dinge nicht, um uns zu Maßregeln, um uns die Freude am Leben zu nehmen oder um uns irgendwie, nein, Gott weiß genau, was gut ist und was richtig ist. Er hat Lebensgesetze gegeben für die Gesundheit, auch für das moralische Verhalten und wenn wir uns noch danach halten, danach richten, dann sind die etwas, was uns hilft, ein glückliches Leben zu haben. Und deswegen hat Gott auch diese Regelungen gegeben, weil er möchte, dass wir glückliche Ehen haben. Er möchte unser Glück, dass es uns gut geht und er möchte, dass wir stabile Ehen haben, glückliche Ehen haben, denn stabile Ehen führen zu stabilen Familien und stabile Familien führen zu stabilen Gemeinden. Und das wollen wir, das wünschen wir uns, dass unsere Ehen, die wir haben in der Gemeinde, stärker werden, dass unsere Jugendlichen, wenn sie heiraten, glücklich werden und dass wir wissen, dass Gott sich freut, wenn wir uns freuen, wenn wir unser Leben nach seinem Willen ausrichten und so leben, wie er es möchte. lasst uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir uns über dieses wichtige Thema Gedanken machen konnten. Herr, du möchtest, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind, dass wir hier ein gutes, erfülltes, glückliches Leben haben können. Ich habe Dank, dass du dir Ehe eingerichtet hast und dass wir sie heute immer noch als dein Geschenk ansehen dürfen. Ich bitte dich für jeden von uns, dass du uns helfen möchtest, so zu leben, wie es nach deinem Willen gut ist und richtig ist. Ich bitte dich für alle, die noch nicht verheiratet sind, dass du ihnen helfen möchtest, den Partner zu finden, den du vorgesehen hast, der zu ihnen passt, wo sie glücklich werden können. Ich bitte dich für alle, die verheiratet sind, dass du ihnen helfen möchtest, auch in der Ehe den Partner mehr und mehr glücklich zu machen, dass die Ehe wachsen darf, zu deinem Segen stehen darf. Ich bitte dich, dass du uns helfen möchtest als Gemeinde mit wichtigen Fragen und auch manchmal so schwierigen Gewissensfragen so umzugehen, dass wir merken, es geht nicht nur um Prinzipien, sondern es geht um Menschen. Um Menschen, die vor dir stehen, die mit dir leben möchten und die ihren Weg mit dir gehen. Herr, schenkt uns immer wieder die Liebe ins Herz zueinander, dass wir nicht verurteilen, sondern dass wir einander helfen und aufbauen, den richtigen Weg zu gehen und das Ziel zu erreichen, was du für uns vorgesehen hast, in der Ewigkeit mit dir zu leben. Habt du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Eben. Untertitelung des ZDF, 2020